Kopfschmerzen! Dieses Schmerzmittel kann zu Unwohlsein und Magenproblemen führen? Ah, Scheiße! 30. Kann Schwindelgefühl und Taubheitsempfinden hervorrufen? Führt unter Umständen zu Thrombosen und Blutverdickung. Keine Nebenwirkungen bekannt. Außer Herzrhythmusstörungen. Dieses hochdosierte Medikament? Auf gar keinen Fall mit Arzneimitteln einnehmen. Die Binzodiazepin oder Acetylsalicylsäure enthalten. Acetylsalicylsäure! Acetylsalicylsäure! Catechin löst sein Leben und hole den anaphylaktischen Schock aus. Mit einem blutgerinnenden Mittel Eintralicylsäure! Dieses Mittel löst heftige Kopfschmerzen aus! Geräusal! Ja, ich bin Musik! Mit einem Druck! Mit einem ein Scheinlaut? Mit einem das centuryridge gar nicht knallt? Mit einem das ist? Mit einem berichter Ort?